wo waren wir hier stehen geblieben wir haben pneumatik gemacht wir haben das storage ding gemacht wir gucken mal was wir questionmäßig noch offen haben so genau wir haben blazes beschworen das wäre noch alles zu erledigen storage sind wir soweit durch haben wir noch die filtert linkable die wären nicht schlecht die können wir glaube ich benutzen um die sachen dann quasi da rein zu patschen wie wir sie brauchen ok gut da werde ich mich noch mal schlau machen wir sind jetzt hier wo geht's lang wo geht's lang kein direkten ding wir haben was haben wir eigentlich noch offen dann haben wir gucken genau die slimy die zombie die skeleton b die ancient debris die nether b und obsidian b das ist kein problem da brauchen wir obsidian und netherrack und dann kriegen wir die ancient und dann kriegen wir ein schönes das wäre nicht schlecht könnten versuchen den api ray zu bauen für den api ray brauchen wir aber nether star das heißt bräuchten den wither wenn wir in die richtung gehen müssen wir gibt es für the proof blöcke ich glaube ja ja jetzt wo the proof glass with the proof block und with the proof glass gibt es beides vom obsidian und netherrack in geld also gut würde ich sagen versuchen wir richtung wieder zu kommen das heißt wir brauchen wir bräuchten eine wither jetzt eine wither bee oder skeleton bee und da gibt es wieder wahrscheinlich eine spawn egg wither skeleton bee spawn egg die skeleton bee muss über ein wither skeleton skull fliegen ok und sie muss natürlich das ding bestäuben dann kriegen wir das spawn egg das heißt wir brauchen die slimy bee das heißt wir brauchen die skeleton bee und die skeleton bee läuft nochmal so genau wenn wir die slimy bee über ein skeleton skull dann kriegen wir eine skeleton bee okay ja ja gut dann machen wir das machen wir das slimy bee ähm resource for bees ein slimy bee nekter block und der besteht aus water honeycomb und slime block slime da brauchen wir pilze und organic water slimy bee nekter block geben nochmal ohne ich haben wir noch drin ja skilten dann machen wir den creeper wieder rein so slimy bee haben wir noch eine blaze cna drin liegen das ist gut dann können wir uns wieder eine blaze machen so also ja ich wollte mal was ausprobieren und zwar wenn wir den block ein bisschen höher machen 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 wir mal so und so und dann müssen wir erstmal pennen dann brauchen wir einmal ein bisschen dirt und einmal worte machen wir mal ein slimy bee und die hat ihren block gefunden schafft es aber nicht wirklich darfst du es hoch und du schaffst das ach komm so und dann machen wir das und dann musst du nur darüber fliegen bitte und wir fangen nicht so lange ein bist du über diesen komischen schädel fliegt wenn du bestürmst bam 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 er hat es geschafft direkt und der braucht einen skirten die nekter block und das ist slimy honeycombs kriegen wir und wir brauchen als futter block und der besteht aus nether honeycombs und obsidian honeycombs zwei stück jeweils das und dann brauchen wir glaubt den dann noch ein schönes b nekter block wird gemacht auch die nether bee ist da drüben so du musst man mit so macht mein baby danke du kannst jetzt nebenbei einfach mal engine debris produzieren wunderbar das ist dann hier das ist doch neu laut der einfach meiner biene die blume ich glaube es ja nicht das geht gar nicht diebstahl mag ich nicht nicht nett herr enderman nicht nett können wir in der zwischenzeit da sind wir dran da brauchen wir auf jeden fall netherite dafür dass wir die witherproof blöcke machen das ist ja alles schon in der mache engine blöcke sollten jetzt so nach und nach reinkommen da brauchen wir ein 7 x 6 x 7 da kommt es dann rein das kriegen wir hin 7 breit 7 tief 6 hoch wenn ich das richtig dingsen das heißt da sind wir dran so botania und mal gucken da brauchen wir die elementum boots um elementum zu bekommen brauchen wir elementum ingot und elementum ingot brauchen wir elven trade da können wir mana steel die elven gateway core da brauchen wir terra steel terra steel kriegen wir indem wir ein terrestrials was auch immer plate machen dann brauchen wir mana diamond mana pearl und mana steel ingot das heißt wir bräuchten enderperlen und enderperlen können wir durch gas tiers herstellen durch trades oder wir machen eine ender honeycomb das heißt wir bräuchten eine ender bee und eine ender bee brauchen wir eine skill da haben wir den grund warum wir eine zombie brauchen also ich brauche noch einen zombie kopf das heißt ich muss runter das ist der einzige kopf den ich noch nicht habe naja dann ja ich wollte nicht in der gleichen welt wie eine spinne leben das ist nachvollziehbar hallo hallo du hättest fliegen sollen du ok deswegen war automatisch das chat pack überschrieben hat ja das erklärt vieles ein kopf ein kopf unserer liste das wäre schön hätte immer noch gern debitor oder grund ist aus kopf aber ich hoffe dass die noch mal kommen du hast ein auftrag so drüber fliegen und zwar zack ich danke So, Zombies, Brawn-Eye, haben wir auch. Zombie-Bean-Vector-Block, da brauchen wir wieder Slimy Honeycomb und Rotten Flesh. Rotten Flesh ist kein Problem, das sollten wir problemlos haben. Die Slimy Honeycombs, die sind halt das Problem. Das heißt, wir brauchen schon mal vier. Meinen einen haben wir theoretisch. Vielleicht sogar zwei. Und Ancient Debris kommt jetzt auch langsam rein. Terrestrial Acclumeration. Also, schauen wir mal unter Botania. Da muss ja da hier irgendwo drin sein. Hier. Da brauchen wir das da. Okay, da brauchen wir die Runen. Alles klar. So, also einmal die da. Fünfmal Living Rock, das ist weniger das Problem. Lapis Blauli Block, das ist auch kein Problem. Und Spark Blaze. Irgendwelche Farben. Also, hauptsache das sind die Mystical Sachen. Blaze Powder ist kein Problem. Okay. Das einzige, was ein bisschen Aufwand ist, ist das da. Die Rune of Fire ist schon wieder aufwendiger. Oh, die ist knackig. Da brauchen wir den Runic Altar. Und der Runic Altar ist auch schon heavy. Mana Pearl oder Mana Diamond? Mana Diamond. Das ist Diamond in Mana Pearl. So, dann haben wir den schon mal. Dann haben wir den Runic Altar. Der ist auf jeden Fall schon mal erledigt. So, den müssen wir wahrscheinlich dann auch noch koppeln, oder? Gehe ich mal davon aus, oder braucht er keinen Mana? Ich gehe trotzdem davon aus, dass das irgendwie der Fall sein wird. Doch, der braucht Mana. Und mir Sugarcane, Fishing Rod, Mana Powder. Mana Powder war Gunpowder oder Redstone Dust. Okay, ich brauche Runes of Fire. Das heißt, ich brauche... Bam. Und da wird die Fire Rune hergestellt. Wunderschön. Dauert ein bisschen, aber... Oh, das wusste schon ein bisschen was an Mana. Bitteschön, erst durchsatt. Da haben wir's. Runes of Fire. Gut, die ersten hätten wir. Dann, Runes of Air. Gleiches Spiel. So. Gut. Runes of Fire, Runes of Air. Haben wir durch. Runes of Mana ist relativ einfach. So, nächste Rune haben wir fertig. Die brauchen wir noch, weil wir Air, Fire und Mana Hammer. Wir brauchen noch Wasser und Erde. Dann können wir die Agglomerator Plate machen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Mana Steel. Mana Steel ist das geringste Problem für uns. Und Block of Lapis Lazuli. Lapis Blauli. Die kriegen wir... Und dann fahren wir durch Honeycomb. Honeycomb bekommen wir durch die Lapis B. Und die Lapis B kriegen wir mit einer Cinnabomb B und einer RGB B. So, dann brauchen wir einen Living Rock und einmal das. Und dann haben wir die Wasserruhne auch. Dann machen wir die Runes of Earth. Da brauchen wir Mana Powder, Mana Steel. Diorite, Granite, was auch immer. Block of Coal kriegen wir. Und einen Schirm. Was sollten wir hinkriegen? Fönix, dankeschön für dein Follow. Einmal so, einmal so und fertig. So, jetzt haben wir alle Runen, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir ein neues Lapis. Das heißt, wir brauchen eine RGB B. Und eine RGB B. RGB B. Machen wir mit einer RGB DNA. Und dafür brauchen wir RGB Dye. Und RGB Dye machen wir mit Red Dye, Green Dye und Blue Dye. So, das kommt hier rein. Zack, zack, zack. Keine Temperatur. Also hier. RGB. Yes, please. Thanks. Dann einmal die RGB B. Das ist schön. Und jetzt braucht ihr eigentlich zum Futtern. Beef Flowers. Einfach eine ganz normale Blume. Okay. Das war Cinnabar B und RGB B. Und das heißt, Bee Breeding. Zwei Cinnabars und irgendeine Blume. So, ihr dürft euch kurz paaren. Und dann hätte ich gern... So, und die Lapis B. Was braucht ihr jetzt bitte für einen Futterblock, bitte? Einen Lapis B Nectar Block. Und den kriegen wir, indem wir Cinnabar und RGB B kombinieren. Okay. Wir sind ja jetzt gerade hier. So, wir haben jetzt eigentlich noch die Advanced Runes, die wir noch offen haben. Die Season Runes. Runes of Summer, Winter, Autumn and Spring. Und dann brauchen wir die Advanced Runes. Brauchen wir die unbedingt. Das Portal to I.F. Heim. Das wollen wir machen. Gaia. Wollen wir Gaia beschwören? Weiß nicht. Ha, die Terror Steel ist natürlich auch schon attraktiv. Was ist beide attraktiv? Keine Ahnung. Wobei die Terror Steel fast ein bisschen stärker ist wie die Pink Lady. Sag ich jetzt mal. Dafür brauchen wir halt die komplett anderen, die komplett anderen Runen noch. Aber wir machen mal in beide Richtungen. Komm, wir machen uns mal die grüne Rüstung und die pinke Rüstung gucken wir uns auch mal an. Hm, aber ich glaube, die Terror Steel ist schon fast ein bisschen stärker. Und die hat 6 auf der Hose und die hat 5. Und eine Pixie Spawn Chance. Pixie Spawn Chance, ja, wäre süß, aber ist jetzt nicht so wichtig. Aber für Gaia brauchen wir so oder so. 4 Gaia Pylonen. Dafür brauchen wir die Elemente. Also so oder so. Wenn wir Gaia beschwören wollen. Da brauchen wir so oder so ein Beacon dafür. Das ist kein Problem. Das kriegen wir. Ja, da seid ihr mal gefragt, ob ihr Gaia sehen wollt. Gaia ist heavy. Der Kampf ist herausfordernd. Wir brauchen für ein Terror Steel brauchen wir ein Diamond. Okay, das heißt, wir brauchen es 1 zu 1. Das ist kein Problem. Wir brauchen hier klassisch 3. Nummer 3. Okay, 6. 9. 12 wahrscheinlich. Ja. Okay, 12 Diamanten. Wie viele Diamanten habe ich aktuell? 10. Das ist okay. Da brauchen wir dann Snowblock. Und wie ist Snow? Ich soll euch den Schnee hernehmen. Dann, also Winter können wir uns so schnell nicht machen. Das ist okay. Autumn sollte kein Problem sein. I'm my Air, I'm of Fire, Spidereye und Leaves. Rune of Arten habe ich. So, Rune of Artenhammer, Rune of Summer, brauchen wir Sand, Slime Ball, Malon Slice. Und Earth and Air. Okay, dann Rune of Spring. Was haben wir hier? Da brauchen wir Weizen. Leblings haben wir. Und Wasser und Fire. So, Rune of Spring haben wir auch. Und die Spring können wir hier raus machen. Die Summer, da fehlt noch die Melone. Da sind wir gerade dabei. Aber, die will einfach nicht. So, wenn ich mich aufregst, Melone. Dann kommst du mit. Dann kommst du hier hin. Und dann wächst du mir halt hier dran. Ist doch mir schön egal. Und dann haben wir uns ein paar Bones. Machen wir uns einen kleinen Backen Bonemehl. Und dann bringen wir uns zum Platzen. So, easy. Fertig. Mach mal nicht lang rum. Dann kriegst du ganze Melonen. Weil die zu craften. Dann müssen wir zerschlagen. Für Villager Trades mega. Aber so gerade. so haben wir nur noch summer autumn spring and summer zyp noch im winter so das heißt ich brauche ich brauche hier sie ha wasser in der nähe von hier die sie wird zu schnee das ist doch gut so ein bisschen da 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 jetzt brauchen wir noch eine shovel ich wollte mir jetzt nicht na dann würde ich sagen aber auch die vier jahres zeiten gebändigt das heißt die ende haben auch noch nicht gemacht weil ich brauche nämlich jetzt auch noch ganz viele enderperlen die ender wie skeleton b und zombie deswegen waren wir dabei und das heißt das breeding acht knochen und vier roten fleisch und was braucht ihr dann als futter ein ende blag und das ist ein zombie honeycomb block und skaten honeycomb block ok ok kurz pennen züchten weitermachen so dankeschön sehr schön ok die ende b ist abgeschlossen jetzt brauchen wir bloß noch den ende wie nektar block das bottleneck das skeleton honeycomb block also machen wir einfach noch mal ein paar skaten wie es ist es einfach ist wo der ist zombie dann mache ich schon mal die ersten maler diamonds sie kann man schon mal fertig machen wenn man nicht weil wir nicht genug haben weil ich schon mal die ersten waren damals so ein bisschen durch knallen und es dauert nämlich auch ein bisschen bis sie fertig sind die ende b ist am start die braucht das bloß noch was zu futtern dann macht ihr uns die sachen für die enderperlen und dann ist es auch soweit erst mal wenn jetzt die skaten bis auf jeden fall auf dem putz hauen weil es sind jetzt drei also wenn das nicht reicht dann weiß ich auch nicht weiter daran sollte das ganze jetzt auf jeden wird deutlich schneller gehen wenn man sich dann echt überlegen kann ob man sich nicht irgendwann auf kurz oder lang von 123 bienen trennt wenn wir bei den api race sind dann erstens promo theoretisch nicht mehr ganz so viel material und zweitens erhöht sich ja der durchsatz haben sie ja geschrieben so ist 1 2 3 4 so dann haben wir das jetzt können wir nämlich aber auf jeden fall gas geben das ist schön und für der lapis die frau und dann brauchen wir die oder ein job verdammt dann das lapis muss jetzt mit der zeit reinkommen da hat er jetzt zum block bekommen also kann man die erste mal lassen wir mal noch vielleicht beim unsere zweite mal schauen ja auch beobachten wir einfach mal wieder wenn die so extrem produziert oder wenn der lapis aus den honeycombs so gut rauskommt wie aus den ohrs dann brauchen wir eine leicht und total und dann kriegen wir ganz schnell das zusammen was wir brauchen und wir nähern unsere firmen wir dann mit großen schritten in dem was wir vorhaben und zwar terrorist oder mal gucken wie viel da rauskommt 1 zu 1 umwandlung es war ja fast klar natürlich warum sollte man auch die spiele verwöhnen nein da dürfen wir das ganze 1 2 1 1 handikammt gleich ein lapis diamant die diamantbiene auf jeden fall noch raus sie werden auf jeden fall auch noch mit rein machen weil da sind wir ja gerade dabei indirekt zu sammeln blaze honeycomb blöcke müsste genug da sein sollte ich habe jetzt nicht so viel blaze verbraten die letzte zeit kohle ist ein bisschen was da lapis hätten wir den ersten block das ist gut wir brauchen 3 3 gut aber da geht was also in zufrieden durchsatz lapis b macht ihre arbeit ist dann gleich noch mal rein wenn wir den block hier post positionieren und dann haben wir trotzdem schon wieder heute eine ganze ecke geschafft nicht ganz das was ich wollte aber wir sind kurz davor terrorist hier zu machen wir werden auf jeden fall schauen dass wir das weatherproof zeugs dann als nächstes noch ran schaffen und natürlich müssen wir noch in den nether und ein bisschen köpfe jagen zumindest zwei mindestens damit wir denn die wurde quasi mit essen versorgen können ja das ist doch schon mal ein plan das nächste mal würde ich sagen währenddessen kann ich eben nämlich noch ein bisschen ressourcen sammeln zumal das an mit lassen muss man sagen so aufpassen dass ich keine biene erwische weil jetzt wenn was passiert dann 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 steigt die party aber richtig so genau so ungefähr dass die ender wie mehr kaum her du richtig schön ein bisschen gedauert aber hier ist ein blog nicht schmecken